Ich werde meine Geschenke extra jetzt schon öffnen. Warte mal, was hat Peter nochmal gesagt? Jacko, du öffnest deine Geschenke unverzüglich sieben Stunden vorher. Damn, ist Peter nice. Netter Versuch, jämmerlicher Among Us Player. Ich habe dein Geschenk versteckt und du kriegst es erst einen Tag später? Hey, ich bin gut in Among Us. Ich bin gut in Among Us. Ich bin gut in Among Us.